Dann lass dich schnell reingehen, lass dich so anstrengen, dann lass dich schnell reingehen. Guck so, so hält man die Kamera, jetzt nimmt sie auf. Und nimmst du jetzt alles hier auf? Und die Mutküche müsst ihr dann auch aufnehmen? Soll ich ja nicht hier gerade. Genau. So ein Band hatten sie da oben auf der oberen Zahnbahnstraße. Aber hast du da überhaupt gesehen, den Klettergarten, den sie da gebaut haben? Ja. Ich bin glaube ich noch dran, ja. Auf jeden Fall, da. Ja, ja. Ach so, das Gerät. Ja. Ja. Klettergarten. Ja. 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 Das war gut, ich hab sie gegessen. Aber das war nicht direkt mal gekommen. Ach so. Mir hat sie auch gut geschmeckt. Ich hab sie auch gegessen. Und wann? Ja. Da kommt irgendwas cooliges. Ich hab da was gehört. Wenn er da hingefahren ist, kommt da von dort. Ja. Womit angerufen. Ja. Ha. Morgen. Guten Morgen. Morgen.